Und jetzt kommt das Haus zur Hauptproblem. Die Briefe des Paulus wurden zum ersten Mal gesammelt von einem gewissen Herrn Markion. Dieser Markion war der erste, der im Besitz von einer Sammlung von Paulusbriefen war und auch von einem Lukas-Evangelium. Nun, das Dumme ist, dieser Markion war leider ein Ketzer. Der ist nach Rom gekommen und hat dann der christlichen Gemeinde dort ganz viel Geld gespendet und hat dann angefangen, seine Lehre auch zu erzählen. Jedenfalls waren die Paulusbriefe in seinem Besitz und die haben also gnostisches Kern. Jetzt ist die Frage, hat er die Paulusbriefe genommen und quasi verfälscht? Das wurde ihm zum Beispiel von den früheren Kirchenvätern auch vom Lukas-Evangelium vorgeworfen. Er hat das Lukas-Evangelium genommen und das weggekürzt oder umgedreht. Haben dann die Christen sozusagen die Paulusbriefe, die er dann dagelassen hat, hatte ja auch Predigt und so weiter, gesagt, jetzt liegt dieses Zeug da. Einige glauben das sogar. Jetzt müssen wir das so hineinändern, dass das hinein in unseren Kram reinpasst. Und Hermann Detering ist der zweiten Meinung. Der Magion hat diese Paulusbriefe eben quasi da eingebracht, das Lukas-Evangelium eingebracht und dann wurde das so manipuliert, dass das eben reinpasst in das katholische Überzeugnis, in dem man bestimmte Stellen verändert hat.